Wer steht denn hier drüben auf dem Flugfeld? Das ist glücklich ein Zombie, oder? Ja. Alter, ich geh nie wieder hier drauf. Ich geh aus dem Power raus. Wer ist das hier drinnen in der Feuerwehr? Das ist Matthias. In der Feuerwehr bin ich nicht. In der Feuerwehr oben? Ich? Wer ist denn hier hinter mir? Ja, ich bin das hier draußen. Achso, dann ist das Apo oben auf dem Tower, oder was? Nein, ich bin da oben auf dem Tower. Mir ist fast runtergefallen, gerade schon wieder von der schmutzenden Feuerwehr wegen D-Single. Von ganz oben aber. Ja, da lönt sich so. Was ist denn eigentlich mit Apo seinem Beinbruch? Ja, das ist schon lediglich, oder was? Ganz, noch ein bisschen kaputt, aber... Auch noch einen Helm von euch. Wissen nicht, hat Herbert einen? Ich hab einen, ja. Ja, wir können das Zeug ja mitnehmen, so lange wie wir's drachen können. Wenn du noch Platz hast, dann nehmen wir Strom und holt noch was mit. Rennt ihr jetzt wohl zu dem anderen Gebäude? Ja, wir gehen zu der kleinen Garage. Ich komm hoch. Kriegt ein Rucksack drunter? Ja, ich brauch ein Backpack. Komm hinterher. Ja, ich hab auch gerade hier irgendwie Lecks. Aber in zwei, drei Minuten zuckst du mal bitte. Du hast gerade auf den Schienen gelaufen? Ich? Ja. Doch, sonst würdest du durchlaufen. Alle ne Feuerwehr-Axt auf. Ich komm hier, ich geh jetzt ins Haus rein. Ist der da hinter mir? Ich bin jetzt am Tower. Ich geh hoch in den Haus. Hier ist ein leeres Magazin, hier ist noch ein leeres Sechscher-Magazin. Ja, unten drinnen. Kannste mitnehmen. Kannste noch voll machen. Warten drinnen. Oben Haus ist safe. Ist doch nur Schrott. Pistole hier, aber auch leer. Oh, leck. Wer von euch rennt da draußen rum? Ich. Ich? Du gerade auf dem grünen Streifen, oder? Ja, natürlich. Ich setze mich gerade hin. Okay. Oder beziehungsweise ich ergeb mich gerade. Ohhhh. Ich blick ein paar Meter weiter in den Tarn. Läuft da noch einer draußen rum? Mach da einfach die Türe hinter euch zu, Leute. Hi. Hey, Amelie. Hallo. Hallo, Amelie. Jonathan, ich bin übrigens immer noch nicht fertig mit Downloaden. Ich bin nur währenddessen eingeblendet. Ich bin nur währenddessen eingeblendet. Noch einen am Haus oben drin. Drei Leute sind im Haus oben. Komm jetzt noch mal raus. Ich bin jetzt total lebensmüde gerade hier draußen. Wir kommen jetzt raus. Am besten ist, du legst dich, Apo. Guck mal hier. Guck mal hier. Shizu liegt hier auch blöd rum und foult. Komm, dem zappen wir ein Boot ab. Guck mal, der bewegt sich nicht. Ist der AFK? Der AFK oder was? Da klauen wir, dem ziehen wir dieses Boot ab. Apo. Hä? Ja, da liegt was mal. Was ist? Scheiß Feuerlöscher hier. Geht jetzt weiter? Wir sind in dem Lagerhaus. Ne, ist nix. Nix auf den Treppen. Aufgegangen. Komm und mal raus. Wir müssen jetzt raus da oder hin. Das ist immer so lange da. Da liegt es. Sieht sauber aus. Ja, eigentlich schon. Ja. Warum ist denn hier die Tür offen? Hier sind alle Türen offen. Naja, wie gesagt, hier war schon jemand. Du siehst aber nicht, dass der alles mitschleppen kann. Ist schon. Stimmt. Hier ist auch noch mal ein Helm hier oben. Und noch irgendwas anderes. Was ist denn das? Was ist denn hier unter dem Helm? Nicht. Hast du den Helm mitgenommen gehabt? Hier liegt nochmal ein 30er Mech gerade. Voll oder was? Nein. Ne, leer. Ich lad gerade mal nach. Wer hat da nachgeladen? Feuer! Fuck off. Ich rück gerade nach. Ich rück gerade nach. Okay, ich würde gerade fragen, wer da übers Wall fällt. Robbt. Das ist der Sniper. Das ist der Sniper. Hoi ho. Aber da fehlt dir noch ein bisschen Tarnung als Sniper. Du bist ja hier ein leuchtendes Beispiel. Wie torne ich mich am besten um schnell gesehen zu werden. Einfach in einem Busch. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Ne wegen Klamotten. Du rennst ja hier rum wie der Bauarbeiter. Das ist alles Taktik ausrichten. Taktische Bauarbeiter auswisten. Taktische Bauarbeiter auswisten. Taktische Bauarbeiter auswisten. Wo sind wir denn jetzt alle? Es sind nur noch drei. Ne, es kommt noch mal Hangar. Es kommt noch mal dieses... Wo ist Shiso ist? Ja, krass. Es läuft doch gerade auch Richtung Hangar. Ich bin in einem Tannenbelch. Es sind doch alle da. Herbert ist unter. Wir kommen jetzt da aus. Wir fangen Garage aus. Also euch drei sehe ich. Ihr läuft ja gerade zum Gebäude. Mhm. Ich bin gerade noch aus der Fabrik Gelände gewesen. Und auf jetzt auch. Laufst du gerade in die Mitte? Ich bin hier zu einem ersten Hangar. Ja, okay. Ich sehe dich. Sprinter da. Ich sprinte nicht. Ah. Oh, hier hinten ist ein grüner Hochzeit. Ich bin gerade so in den Lauf rein. Hier ist ein MP-Griff. Für die M16. Rennen von euch wieder hin am Hangar, ja? Ich. Wenn ihr noch einen MP-Griff braucht, da ist die Knorrer ein bisschen leichter. Ne, ich habe gerade nur deine Waffe durch. Am besten ziehen wir uns alle pinke Mützen an. Ne, ich habe so eine Waffe durch Dings gesehen. Durch den Hangar durch. Und er sprittet. Braucht das nur einer? Den MP-Griff? Dann bringe ich ihn mit. Nö. Ich kann nicht. Seid ihr da drinnen in dem Gebäude hier? Der ist in dem Haus. Oben, oben. Ich komme jetzt rein ins Haus. Wer lief dahinter rum mit einem grünen, großen Backpack? Ich. Hab doch gesagt, ich komme gerade rein. Wer von euch ist im Haus oben? Wer ist denn da von euch? Ich bin da. Hier ist auch noch eine schwarze Rocket. Hier ist noch eine Fliegerbrille. Braucht die Ender, die ist ganz. Hier sind noch grüne Cargo-Pants. Ja, haltet euch zurück mit der Begeisterung, Leute. Grüne Cargo-Pants? Die hole ich mir. Die liegen ganz oben im Raum. Ja, ich muss erst mal rankommen hier. Ich komme gerade Richtung Zelte. Oh, jetzt einer erwischt. Wo? Ein Elektro. Achso. Das zu den Zelten, Leute. Komm jetzt vorne rum. Halt, halt, halt. Was schreifst du denn hier rum? Ja, ich fack dich. Komm, komm. Komm ich hier ins Auto und man steht so ein verdammter Zombie um die Enke. Mach die Türe noch dazu. Wer stöhnt denn da schon wieder so? Ich. Brauchst ein Salinenbeck oder was? Der Blut. Weil dann müssen wir irgendeinem Blut klauen und müssen dem Salinenbeck geben. Dann gehts wieder. Ja. Ich bin immer noch, ich bin immer noch healthy hier zum Nüt dafür. Ja, ich weiß, ich habe so eine Spritze, aber die kann ich irgendwie nicht benutzen. Ja, die müsste glücklich jemand anderes reindrücken. Komm raus. Wann habe ich denn keinen Durst mehr? Ich habe jetzt schon zwei Flaschen getrunken. Warum du keinen Durst mehr hast? Nein. Wer rutscht denn da auf der Straße weg? Wann? Irgendjahr glitscht hier rum. Wups. Jo, den Trick, Alter. Supertalent. Es riecht nach Supertalent. Ja, wir hüpfen einfach alle rüber an. Oh, jawohl. Rucksack. Yes. Geht's jetzt? Oh Gott sei Dank, ey. Ja. Alles schon wieder ein bisschen einfacher. Das entpuppt sich hier wieder als ein Abend am großen Airfield. Ich sehe den Titel schon. Nachher alle wieder tot. Ja. Airfield fahren. Airfield fahren drei Stunden und tot. Ja, ich ginge so ein kleines Kämpfchen hier. Matthias hat die ja gleich gekascht. Ich hab die ja noch nicht mal gesehen. Ich höre nur Schüsse. Ducke mich. Das sind zwei, das sind zwei. Da ist noch einer. Das hat mich so aufgeregt, ey. Das sind direkt die Spons. Hier waren beide sehr gute Quips. Ja, weil es halt nur Assis sind. Okay, ist irgendwo einer. Oh oh. Wo? Oh oh. Armini, wieviel leidst du bitte runter? Was? Nein, wieviel du kam runter, der ist... Deine Max... Deine Max... Hallo, ey, ich hab ein Gumbel-Lighton hier. Ja... Das ist so wild. Glaubst du, wieso? Ich wäre ein 60. 0,0,0,3 KB. Nee, ich hab fast nicht angehalten. Einer von Eulös von der Straße. Ja, mach ich. Tun auf keinen Wachtturm. Meinst du meine maximale KB pro Sekunde? Ja. Das ist normal. Ich glaube hier in den Hölz-Dämonen des Livers drin. Nee, das ist 6,9,0,3. Nee, bin mit einem anderen. Geh mal auf den ersten Wachposten von der Straße aus. Hier ist schon wieder ein MP-Griff. Oh, der ist gut. Was ist denn hier mit dem Handcliff? Machen Zombies auch Bodengeräusche, wenn die auf dem Boden laufen. Ja, macht P-Geräusche. Also ganz normale Geräusche, als wenn die... Hier sind 5,5,6 Rounds in dem Einsatz drin. Ich glaube Herbert brauchen wir ein bisschen Munition, oder? Mhm. Weil ich hab... Über 3 Homo, glaube ich. Mittlerweile. Bleibt gerade einer an einem... Am Tarnzelt in der Nähe. Hier hat jemand was gefressen. Hier hat jemand was gefressen. Hier ist halt leeres Zeug, man. Und ein Shirt mit noch Essen und sowas drin. Okay. Bei welchem Tarnzelt? Ganz hinterstes Zelt ist es, wo ich bin. Ja, ich bin nicht problemlos. Ich bin nebenbran. Ich seh einen. Bleib mal stehen da. Ich bin das hier gerade. Ich bin jetzt hier in der letzten Zeltreihe. Ja, hier ist ein leerer Magazin. Hier sind auch ein 40er leerer Magazin. Da kannst du noch was mitnehmen. Hier in dem letzten Zelt. Also nicht Wunder. Amelie, Daisy, ich wär verrückt. Was ist mit dir? Was? Amelie, mein Schatzi. Du spielst Daisy. Und das sagst du mir nicht. Was? Mein Bruder hat uns heute gekauft. Mir ist verstanden. Du kannst jetzt euch so scheiß viel runterladen. Mein Bruder hat mir heute viel gekauft. Ja, dann join uns hinterher hier. Vielleicht kommst du irgendwo bei Stroh rum raus. Und da könnt ihr alles mal zusammen unterwegs, bis wir uns treffen. Bin immer noch im letzten Zelt. Ich glaube, ich kaufe meiner Freundin auch demnächst. Der Zelt. Oh Gott, ich brauche irgendwas zu futtern. Hier ist ein Schultergriff. Ein grüner. Wenn ich immer einen brauche. Hier ist ein Müsli. Nimm mit. Ja. Ich bin leider ein bisschen weit weg. Wo bist du jetzt, Fabi? Leckt. Hier ist auch noch eine Weste. Eine UK Weste. Ich bin auf dem... Was ist denn das hier? Ein Visier. Was ist denn das? Siehst du mich? Hier ist noch ein Takt. Ich bin gerade was. Wo bist du? Essen ohne Ende gefunden. Jetzt auf einmal nichts mehr. Hier schau mal. Rechts von dir. Genau die Richtung. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Ach da dieser... Ja, ich sehe dich doch da in diesem komischen Turm liegen. Da sieht gerade aus wie ein Gebäude auf dem Airfield. Von uns ist doch in dem Bunker oben drin. Ich. Ich. Unten bin ich. Ich gehe jetzt mal vorne raus. Hier oben liegt ein 30er Mech. Oh, hier sind lauter Magazinen. Aber leer. Volles 30er Standard Mech liegt hier oben drin. Ja, die 40er müssen wir mitnehmen. Die 40er wären ganz gut. Die AK Muni glaube ich. Ich gehe mal gerade pinkeln. Ich bin gleich wieder der. 7-6-2 ist AK oder? Nee, 7-6-2 ist Mosin. AK gibt es noch nicht. Es gibt Moos. Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Wieso? Wie? Ich bin runtergefallen. Oh. Ich laber doch nicht. Aber warte, lock dich mal nicht aus oder so? Ja, ich brauche deine Money. Ich habe einen Defibrillator im Rucksack. Brauche deine Money. Warte, du brauchst nur bei dem üschten Turm oder was? Ja. Nein. Ich habe einen Defibrillator im Rucksack und eine Batterie. Voll. Ja, guck mal was wir wiederbeleben können. Ja, bist du tot oder unmächtig? Nein, bist du tot oder unmächtig? Tot. You are dead, dann gehts nicht. Da muss Unconditioned stehen. Wir sind tot oder unmächtig. Irgendwie kann ich die Sachen nicht da reinfügen. Hier, die Munition. Chamber Mosin. Ne? Nein, nicht Chamber. Wunder. Einfügen, also links. Wie klatschst du hier runter? Ich verstehe das nicht. Hat die Gamba's auf uns geschossen? Also. So. Ja, wenn ich mit links klick da drauf ziehe, auf die Mosin. Dann sagt der mir Chamber Mosin nur, sonst nix. 7.62er. Einzelpatronen angezeigt. Kein Kasten angezeigt. Ist ein Kasten. Mach den Kasten auf. Blit. Blit. Ich nehme den Defry mit. Ich hab den schon eingepackt gerade. Ja, der hat aber... achso! Die stehen im Bunker-Richtlinie... Ach so! Ach, das ist nur ein Kasten, wo das drauf steht. Wie wählt das denn, was ist das denn? Ne da ist normalerweise jemand drin. Ich hab mir jetzt mal die taktische Weste genommen. Probiert es mal einer bitte mit dem Deprieve. Vielleicht geht es doch. Probier es. Ja auf jeden Fall wenn ich auf Split drücke dann steht da, dass ich nicht genug davon habe. Am besten eigentlich wenn wir so ein Zeugs mal wegnehmen, so dass Vanity spawnt. Ausrüsten, Reiche verstecken und das wars. Warte mal, warte mal, turn on. Apli Defibrillator warte. Ich kann nicht den defibrillator als totes. Na lol. Müssen wir dich ausschlachten? Haben wir schon. Da ist noch eine Munition in der Waffe. Shizu. Ja die kannst du nicht mehr. Meine Mosin ist weg, nehmt das Long Range Scope mit sonst kill ich euch. Bitte. Ich weiß gar nicht mehr wo die Mosin gerade ist und das, warte mal. Ja ich hab eben schon einer mit dem Mosin. Hier ist noch mal Munition für Herb. Hier ist noch ein 6er Magazin oder was benutzt du jetzt mittlerweile? Aktuell benutze ich ein 40er. Also du benutzt die Standard Munition gar nicht? Ne. Warte. Ich hab die. Ich hab die mit dem Magazin. Ich hab die mit dem Magazin. Ich hab die mit dem Magazin getauscht. Darf ich die Frage stellen? Achso. Kannst du mir die geben eventuell? Weil ich hab keinen Dings. Weil keine Nahkampfwaffe sonst. Außer du mit Axt. Was ist denn löst mein Schatzi? Sag mal. Wie finde ich hier raus wo ich bin? Hier so noch ein Kompass Leute. Bitte. Hier. Ja. Dann sag uns doch mal was du siehst. Indem du an der Stadt rumläufst und guckst ob du auf Schilder hast. Da ist glaub ich ein Meer oder ein ziemlich großer See. Und ansonsten ist hier Gras, ein Berg und da hinten steht eine Hütte. Ja dann muss. Schatzi dann musst du dich mal entscheiden. Also zweimal. Entweder du rennst links rum oder rechts rum. Und dann kommst du irgendwann kommst du an eine große Stadt. Definitiv. Oh je. Und dann können wir dir sagen wo du bist. Wenn du an dieser Stadt bist. Hab ich es eigentlich am Anfang. Nur dich selber und den Willen zu überleben. Den unbändigen Willen zu überleben. Ah yeah.